Wir wollen heute zu dem Thema B2B-Kommunikation, Sales, Marketing, Lead-Generierung, Content-Marketing und vielen anderen Themen uns austauschen. Unsere Experten hören, die Trends haben, Erfahrungen haben und damit auch Orientierungshilfe und Handlungsanweisungen für die Menschen in Unternehmen geben, die genau das jetzt postpandemisch umsetzen müssen im New Normal. Der Communication Circle ist so besonders, weil ich an diesem einen Tag ganz viel Einblicke auf die Schnelle erfahren kann, wohin die Reise gehen könnte. Ich werde auf jeden Fall unseren LinkedIn-Kanal nochmal überprüfen und unsere Website nochmal ganz genau in Augenschein nehmen. Für mich ist der Communication Circle besonders, weil ich mich hier mit Kollegen austauschen kann und viel mitnehme. Aus dem Bereich von Content-Marketing, aus dem Bereich von Suchmaschinenoptimierung und letztendlich auch Event-Management. Mir hat es bisher sehr gut gefallen. Das Schöne war, dass man auch Kollegen wieder getroffen hat. Die Top-Themen sind für mich hier eindeutig das Thema Trends. Wie gehen wir jetzt mit der Zeit nach der Pandemie um? Wie wird sich jetzt die Kundenkommunikation verändern und was sind jetzt wirklich die gängigen Trends? Also als Learning nehme ich hier aus dem Communication Circle mit, dass in der Keynote mit der Vision 2030 viele tolle Impulse waren. Und da versuche ich mich natürlich auch so ein bisschen nachzurichten und mein tägliches Geschäft nach austauschen. Ja, meine Learnings sind Ansätze und Impulse zum Thema Silo-Denken und Zusammenarbeit, Sales und Marketing zu bekommen. Im Grunde relativ einfach, sprecht miteinander. Breite Branchen treffen aufeinander. Man merkt, man hat alle die gleichen Herausforderungen. Hier sind Lösungsangebote. Ich bin Deutsches dass Video, wo es woanders هي, das ist, was es dir das ist. Ich bin ungefähr. Zumal. Ich bin bloß. Ich bin es mir wedおufe. Vielen Dank.